Hallihallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es hört sich vielleicht blöd an. Und zwar, wir haben letztens die Verlosung angekündigt zu den 100 Abonnenten. Da wird eine 58er Kürbiswerfer-Dinger verlost, eine 58er Edelsense und eine Blitz 49er Drachenzone-Leggy. Und jetzt, weil wir die 120 Abonnenten haben und bald bei den 130 sind, verlose ich noch eine Windertag-Repetierpistole und noch eine Hydraulik. Nee, sorry. Und noch mal eine Drachenzone. Drachenzone habe ich noch genug, deswegen. Hast du nicht nur noch eine Windertag-Salvenpistole? Äh, Windertag-Salvenpistole wäre losig zu den 130. Da habe ich so ein kleines System. Also Leute, das ist die Verlosung. Also auch zu den 100 Abonnenten schreibt unter dieses Video, Hashtag-Verlosung. Man sieht sich im nächsten Video. Haut rein und tschau, Leute! ich mach solche, Leute!